Hey Leute! Ich bin's wieder, euer Krieger. Und wir werden heute richtige Krieger. Wir spielen nämlich Mordhau. Geiles Game, keine Ahnung. Wir spielen das Tutorial. Ihr beide seht absolut hoffnungslos aus. Ey, sagt nix gegen meinen Freund Peter hier, der sieht super aus. Aber wir sind da so sicher. Okay, also den hau ich dran, ne? Danke. Okay, ein Pika. Okay, tschuldigung. Guck dir das an, ich bin einfach ein fucking Profi. We don't need that dummy anymore. Kick it over. Rest in peace. Hans! Spunditshot! Was zum F*** ist hier los? Ich hab einfach... Hä? Können wir mal ganz kurz darüber reden, dass ich Hans grad einfach an Bordet hab? Drücke F während du schnell reitest. Mal zählen. Geil. Nochmal. Daneben. Mann, das macht gar keinen Spaß. Haben wir es geschafft? Ja! So Leute, ich finde es richtig geil in dem Game. Philipp hat das bestätigt. Uh, was geht? Alter, hier ist einfach einer mit einem Pferd langgeritten. Da haben wir aber keinen Führerschein für. Aber ich würde damit die zusammenspielen, das ist so stupid, wenn wir nicht zusammen umlaufen können. Ich wurde einfach totgeritten. Oh ne, ich leb noch. Okay, alles gut. Hat nur ein bisschen weh getan. Was ist denn? Ich hab verloren, ja! Es gibt hier übrigens Friendly Fire, also wir sollten ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht... Gibt's wirklich? Warum hab ich dir das ges... Ja, gibt's wirklich. Ah! Aua! Alter, du hast du 20 Tage gemacht! Boah, Elli, Elli, guck mal hier oben. Der oben hängt Nico. Mann, der Schieber, der vorne wohnt! Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es hat funktioniert. Hinter dir, hinter dir! Der ist mich weggefügt! Ich baller ihn rein! Ich baller ihn rein! Ich komm auch! Aua! Ja! Wieso sch... Aua! Ich find's toll, dass wir nicht zusammen spawnen können, aber über deinem Namen einfach so ein Symbol ist. Oh, lo! Sorry, fuck! Du blutest im Gesicht jetzt! Fuck das! Fuck, mein Gesicht! Ich brauch' das zum Leben, Alter. Ohne Nase geht nicht! Scheißversuch, ne? Ich glaub, ich habe mir die Beine gebrochen. Ich hab ein Headshot gegeben! Oh, noch reingetötet! Dreierkill! Sieg absolut verdient! Easy Allah! Wer reitet da durch Nacht und Wind? Es ist der Molke! Es ist mein Mörder! Der Leiter! Und geh wieder hoch! Da hast du gedacht, du kommst da ran, ne? Da hat er gedacht... NEIN! Ich bin scheiße! Hier, guck mal, hier ist ein Pferd! Okay, da vorne! Scheiße! Oh, der hat... Der hat mich da wirklich runter gehauen! Der hatte ich aber Spaß in meinem Leben und der hat mir einfach alles genommen! Ich will hinter die Ma... Dankeschön für die Warnung! Sehr gerne! Habe ich nur leider nicht früh genug gehört! Okay, den hole ich! Ich doch nicht! Alter, drei Damage! Da ist einer... Oh, unser Team-Mamage! Ah, gut Job! Der hat meinen Bogen zerstört! Ja, das war doch schön! Du musst jetzt gehen, oder was? Du musst jetzt gehen! Das Game, das hat mich jetzt gehuckt! Danke fürs Zuschauen! Tschüssi! Aber ich mach noch weiter! So, Leute! Ja, ich bau noch ein bisschen... Ich bau noch ein bisschen gutes Footage schnell! Weil UdiBoy, der hat ja viel gelabert! Aber wenig gemacht! Ey, ich hab superviele Kids gemacht! Mal hier nochmal am Ende, ja? Mann, ich dachte, du wärst schon aus dem Kurs! Was? Okay, sehr! Hör auf! Wir haben oben die Tickets! Die dürfen nicht Null erreichen! Und wir müssen einfach Leute töten! Oh, ich hab einen ermäubert! Junge! Du bist einfach... Du bist einfach schön! Alter, hier spielt einfach einer! Ach, da bist du! Der spielt einfach Gitarre! Der spielt einfach Gitarre! Sag mal, der Typ mit seiner dummen Gitarre geht mir so auf den Keks! Hör auf! Kriegen die 80 Schaden mit so einer komischen Pieke, Alter! Und wenn ich da mit meinem 5kg Schwert draufschlage, verdienen die halt nix! Ich glaub, 5kg ist wirklich wenig für ein Schwert! Ich hab noch ein Trainingsschwert! Was soll's heiß? Ja, der König, als er mich zum Ritter geschlagen hat, hat er auch gedacht... Ja, der hat dich geschlagen, der hat ihn nicht zum Ritter geschlagen! Der hat einfach nur einen reingehauen! Der König hat mich geschlagen! Ja, toll! Und weiter! So doof! Oh, echt? Oh, dem hab ich aber seinen Kopf abgeschlagen, glaub ich! Alter! Boah! Das ist der beste ever! Boah! Ich hab ein Teammate getötet! Oh, aber auch ein Gegner! Es steht also quasi 0-0! Aua! Sag mal, bist du noch da? Ich hab den PC einfach gefried! Er ist einfach weg! Er lässt mich einfach im Krieg alleine! Er hat einfach Angst vorm Krieg! Alter, hier ist ein bisschen Rauch! Oh, da war wohl ein Teammate! Oh, da war aber ein Gegner! Guten Tag! Kauft euch mal ein Leben! Hier! Fress eine Wurf-Axt, Arschloch! Sag ich mal, 2018 hat er angerufen, will sein DAP wiederhaben! Ich glaube, war das 2017? Ah, die Zeit vergeht schnell! Mein Computer ist abgestürzt! Hallo! Blau oder Rot? Blau! Ich bin in Blau! Ja, ich auch! Meine Güte ist sehr hochkomplex! Ich dachte, ich zieh einfach eine Rüstung an! Hau alle um! Ja, mach doch! Der Typ neben uns, Alter! Bist du schon wieder tot? Ah! Ja! Wovon bin ich gestorben? Von einem Pfeil! Ich seh ihn sogar! Ich find's so schlecht! Unser Team aber auch grundsätzlich! Wieso spielt da wieder jemand Gitarre?! Pass auf! Wir zwei sind stark! Zusammen! Bitte! Entschuldigung auf Zusammen! Sef! Sef, du bist tot! Ja! Ach was! Bruder, Alter, das bin ich! Au! Was ist das doch? Ich hab keinen Arm mehr! Wo ist mein Arm?! Gott, ich such den dir! Mann, Alter, der hat mir einfach den Arm abgehackt! Das wäre ja richtig useless! Ich schwitze so doll! Sef, es ist so warm bei uns im Büro! Wo bist du? Im Büro! Aua! Mann! Mann, das geht... Au! Okay, ich geh raus! Ich weiß halt, warum du erst so bist! Ah! Die fallen halt alle um! Ah! Ah! Warum macht mir sowas? 18 T! Meine Nase juckt so krass, Alter! Dann juckt zurück! Zeig's dir! Ah! Sieg! Ich sag's mal so, vielen Dank, Sef! Du darfst noch jemanden grüßen! Ich grüß... Ja, alles klar, tschüss!